Ja, hallo Freunde. Da mein Post eigentlich ganz gut ankam, hier als Video bei Tommys Treffer, möchte ich es heute nochmal versuchen. Direkt nach diesem Halbfinal-Hinspiel zwischen dem FC Barcelona und dem FC Bayern München. 3-0 für Barcelona. Ich denke, viele haben so ein deutliches Ergebnis prognostiziert. Ich war da anderer Meinung, hatte den Bayern durchaus ein anderes Ergebnis zugetraut, auch trotz der ganzen Verletzungssorgen. Auch wenn Alaba, Ribéry und Robben gefehlt haben, die wahrscheinlich in der Startelf stehen würden. Man muss auch sagen, dass Manuel Neuer in der ersten Halbzeit zwei Bälle richtig gut gehalten hat. Des Weiteren der Jérôme Boateng und auch andere Spieler des FC Bayern den anderen Ball noch klären konnten. Dann kann es auch deutlicher ausgehen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, muss auch der FC Bayern mal ein bisschen öfter aufs Tor schießen. Dieses ewige Hin- und Her- und Quergespiele hat mir nicht gefallen. Man hat es gesehen, symptomatisch, dass 1-0 durch Lionel Messi war. Ja, ein Distanzschuss außerhalb des Strafraums. Vielleicht hätten es die Bayern auch mal versuchen sollen. Zuvor muss allerdings Juan Bernard den Ball einfach auch mal auf die Tribüne hauen oder sonst irgendwie klären und nicht ins Frippling gehen. Ja, hinterher kann man viel diskutieren. 0-3. Jetzt haben die Bayern den Salat. Ich denke nicht, dass das im Rückspiel aufzuholen ist, da der FC Barcelona natürlich nicht der FC Porto ist. Nichts gegen den FC Porto, aber da sehe ich doch nochmal einen ganz deutlichen Qualitätsunterschied. Schade, dass es für den FC Bayern jetzt in Anführungszeichen nur die Meisterschaft werden wird am Ende der Saison. Da war durchaus mehr drin. Man ist halt heute auch in Barcelona ausgerutscht, also sinnbildlich hätte das ein oder andere anders lösen müssen. Vor allem auch diese Dreierkette, die am Anfang nicht funktioniert hat, hat ja Pep Guardiola ziemlich schnell behoben. Ich denke eben, es wäre auch mit Alaba, Ribéry und Robben kein anderes Ergebnis heute zustande gekommen, da der FC Barcelona, allen voran Lionel Messi, einfach kaltschnäuziger und effektiver vor dem gegnerischen Tor war und einfach die Dinger eiskalt versenkt hat. Ebenso wie Neymar im Konter, der noch kurz verzögert und dann den Manuel Neuer auch noch getunnelt hat. Ja, schade aus deutscher Sicht. Wir hätten die Punkte auch dringend gebraucht. Ich bin gespannt, was im Rückspiel passieren wird. Der FC Bayern wird eine Reaktion zeigen wollen und auch müssen. Das hat auch Matthias Sammer angekündigt, dass er sehen will, dass man der FC Bayern München ist. Ich bin gespannt, was da kommt und ich bin gespannt, wie der FC Barcelona auftreten wird und vor allem natürlich auch, in welcher Aufstellung die Bayern antreten werden, denn ich denke, wir werden wieder vielleicht eine andere Elf sehen und vielleicht auch wieder eine andere taktische Formation. In diesem Sinne, ich wünsche euch allen eine gute Nacht und viel Spaß morgen bei der Europa League.